Hallo Freunde, hier ist Christian Schemeier, Part 3-Pod-Beziehungs-Coach von Zyolo. Diesmal ein Videoblog rund um die Themen, Dating, Beziehung und Liebe. Neues Buch ist raus, rund um Polarität der Geschlechter, ganz viel Dating, Forschung und so weiter und so fort. Heute gibt es mal eine Erfolgsgeschichte, wollte aber auch nochmal zeigen, kriege ich hier gerade nicht raus. Also wir haben ja die Beutel, wo sind deine fucking Standards, gibt es auf den Lesungen. So, dann wollen wir mal weiter im Text hier. Also wenn du auch solche Fragen stellen willst oder auch Erfolgsgeschichten schicken willst, geht über ein Formular auf www.liebeschip.de. Da findest du auch meine Kurse, fragt auch gern Sachen, so Newbie-Sachen. Also ich weiß, es sind immer wieder viele neue, die vielleicht sagen, man, die Begriffe kenne ich nicht, fragt das ruhig. Also lieber Christian, ich hätte nicht gedacht, dass ich dir das mal schreiben werde, aber nach sehr vielen Jahren toxischen Mist. Und mittlerweile zwei Jahre intensive Arbeit in deinen Kursen. Ich sag's dir immer wieder, Leute, investiert mal die drei Pizzas für so einen Kurs. Guckt nicht nur die Videos. Bin ich nun in einer beginnenden Beziehung. Ich bin Anfang 40 und habe nach meiner Erinnerung noch nie so einen gesunden und antitoxischen Dating-Prozess erlebt wie jetzt. Ja, also klopft dir selbst auf die Schulter, herzlichen Glückwunsch. Er ist ein Mann, der mich ganz sicher am Höhepunkt meiner toxischen Karriere niemals eine Chance gegeben hätte. Ja, und das trifft, glaube ich, auf alle zu, die eine toxische Beziehung nach der anderen haben, dass sie auch die nicht-toxischen Menschen gar nicht wahrnehmen. Das ist leider auch eine Wahrheit, die man ungern hören will. Er ist nett, aufmerksam, von Minute eins absolut konsistent, zuverlässig und einfach gut genug. Ja, da haben wir auch wieder die Merkmale eines gesunden Dating-Prozesses, ne, Konsistenz, Einheitlichkeit, Dinge schreiten voran, es entsteht mehr Nähe und so weiter und so fort, ne. Ja, also wer sich jetzt darüber wundert bei diesem Satz, wer mal in hochtoxischen Beziehungen war, hochgradig liebessüchtig war, weiß, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bin in der Lage, meine Bedürfnisse zu äußern, er hört mir zu und reagiert drauf. Ich denke nicht mehr an die Konsequenz, meine Werte und Standards, also an die Konsequenz, das auszusprechen. Meine Werte und Standards sind wichtig und haben Raum. Und wenn es mal kleinere Hürden gibt, zum Beispiel hat er gemeint, ich soll mir für das nächste Date etwas überlegen, habe ich die Bitte geäußert, dass er dies machen soll? Stichwort Polarität und er macht es dann auch. Bei unserem ersten Date hat er mich umarmt und geküsst, obwohl ich da sicher schon eine Stunde ungeduldig war. Klingelte dann, nimm dem Mann nicht die Arbeit ab. Sehr gut, steht es in meinen Ohren. Also habe ich signalisiert, wie aus dem Lehrbuch, ja, mach die Datingkurse und irgendwann hat er sich dann getraut, was ich mutig fand und als Erfahrung absolut genial. Ja, es kam auch nochmal die Frage, was der Unterschied zwischen meinem neuen Polaritätskurs und den Polaritätsdatingkursen, also diese, eigentlich hätte ich das andersrum machen sollen. Erst diesen, das ist wie so ein Basiskurs, Polarität, also ich kann nicht ganz allgemein in meiner Polarität arbeiten, auch wenn ich vielleicht gar nicht daten will oder auch wenn ich gerade in einer Beziehung bin, will ich ja auch nicht neu daten. Wie kann ich die Polarität da aufrechterhalten? Wie sehe ich überhaupt, in welcher Polarität ich bin? Wie kann ich das auch in anderen Bereichen nutzen? Ja, es ist also so ein absoluter Basiskurs, der jetzt nicht voraussetzt, dass man in irgendeiner bestimmten Lebenssituation ist. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, ein Datingkurs baut eigentlich drauf auf und setzt das dann um für ganz konkrete Datingfragestellungen. Ich schaue oft in die Kurse rein oder lese in deinen Büchern nach, das Ergebnis ist, dass ich mich als Frau wahrgenommen und von ihm geschätzt fühle. Freue ich mich auf die nächsten Schritte, 200 Tage und so weiter. Bin schon gespannt, wie es uns damit gehen wird. Für mich bist du ohne Übertreibung wie eine Rettung gewesen, aber man muss auch selbst konsequent durcharbeiten und siehe da, dann ändert sich alles. Danke, danke, danke. Danke. Ja, also vielen Dank für schöne Erfolgsmail. Genau so muss das laufen, Leute. Also macht euch an die Arbeit, deckt nicht, das sortiert sich von selber alles und macht die Fragen Kurse. Und vielleicht sehen wir uns auf eine Verlesung. Ansonsten könnt ihr sicherlich nach Frankfurt und Karlsruhe, sind beides sehr große Locations, könnt ihr sicherlich abends auch noch vorbeischauen an der Abendkasse. Genauen Zeiten habe ich es gerade nicht im Kopf findet hier auf libysche.de, da oben unter Lesung. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschau, ihr Lieben.